Musik 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 Und los So wie ich früher war, Junge Bam Und ab geht der Peter We Oh Wer geht denn da schon wieder ab? Yes Ja ich brauche noch ein bisschen Ich brauche noch ein bisschen Wurste den richtigen Winkel ein Nein Es ist die Green Laterne Was? Ja ich bin auch drin mit nur 5 Schlägen Ich hab mir 3 gebraucht Das gibt es doch nicht Du kannst später dran sein trotzdem weniger Schläge haben Das ist jetzt praktisch eine Karte 9 Level ja So ist es Und Heppala Oh Oh Wer war das? Wer war das? Hole in one bitches Echt? Warst du das? Ja klar 2 Ich hab Mario im Golf gespielt Kennt ihr noch dieses Golf Ich weiß gar nicht welcher Ball ich gerade bin Dieses Golfen von Microsoft damals? Ja Nein Nein So knapp Nein 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 Bitte 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 Warum ist der immer so doll? Nein Fuck you Ich kann euch nur den Tipp geben Wenn ihr nicht auf dem grün seid spielt niemals horizontal Hey komm schon Der geht immer so ab Immer nach oben dann Warum sagst du das nicht früher? Fox Nein Nein Ja Ich brauche noch eine Weile Acht Schläge Für die Viewer Nein Das gibt es doch nicht Für die Viewer Ich versuchte zu pusten Das ist eine Spinne auf dem Mikro Ja komm Das hätte gleich der erste Schlag werden können Genau Warum eigentlich nicht Scheiße Oh Wer war das denn? Ach Ecke Ach Ecke Nein Zwei Scheiße Nein Nur Benniger Wer ist denn der Außenseiter da? Wer ist denn der Außenseiter da? Uh zwei Außenseiter Alex die Lokomotive Ich habe schon 16 Ich war Feuerball Zulgrün leckt mich Yes Ach die Zweike ist ja auch ein toller Ding Wir bei ein zwei 18, 17 Scheiße Wer ist denn auch? Ich bin glatt da war der Hoden immer den Rasen gehüpft Der Hoden? Der Hoden immer den Rasen gehüpft Der Hoden Achtung Ball lande Wo bin ich? Weg Oh ich bin da richtig hingeladen Oh Ja Nein Verdammt Komm schon Oh Es gibt so ein Trauerspiel mit dir Es gibt so ein 23 Stürf deine Alienrasse bald aus Noo Ich hab das sicherheitsgründet ich nicht stimmen Ah kacke Nein Jetzt aber auch kacke zusammen Nein 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 Shit Komm doch bitte Baller Mein Baller ist drin So wie war es aber meine Rasse stürmt aus? Nein Es gibt ja Steinen da hinten Komm ich nicht so Oh 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 In den Sand Und wieder raus Ab zum Nikolaus In der kleine Tausse Seid ruhig So Siegst du 24 Siegst du siegst du siegst Beineinander noch da hinten Bis eben war ich noch ziemlich gut dabei Und sowas Ah fuck Shit Ich dachte ich schaff das Oh mein Ball Nein Wer geht denn da so ab? Ah Und Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Ach nö Vier Das ist doch nicht wahr Und das drin das wird jetzt nicht so letzte runde und auf geht's scheiße sie auch da drin ist und direkt sie mich an ich bin nicht was ich bin ich habe das gleichstand blacks das ist viel besser als cinemalic der ameisenhügel Nein! Wer hat denn bitte die Kante erfunden? Das war Immanuel Kant. Seine Frau war auch eine Kant. Nein! Ich wollte sie nicht so hoch haben. Ja, wir haben oft zu kichern, Fox. War die Frau von dem Erfinder auch eine Kant? Das war ein ganz schöner Bretstieger. Oh! Aber dafür, dass ich später als unser letzter Herr Foxen ziehe, habe ich viel Schläge gebraucht. Ja, stimmt. Da gab es auch keine Schwierigkeiten mehr zum Schluss. So, ach du Scheiße. Oh, geil! Wie so ein geiler Ameisenbaum. Oh! Jawoll! Oh, bin ich schon übergeflogen? Ich bin schon übergeflogen, ja! Leute, ich hänge am Anfang fest. Aber ich denke, was tippt rein. Die Tonne ist weiter. Das zählt ist die Mission. Alleine Könnte sagt meiner Frau, dass ich sie liebe. Diese Kante, ich komme von die Kante hinweg. Ähm. Ja! Ich war mit einem Schuss drüben. Du darfst nicht vergessen, dass der Ball immer einen Bogen macht, wie beim Bogenschießen. Ich vergesse das. Er hat in Mathe nicht aufgepasst. Achso. Oh, beim Bogenschießen vielleicht. Das wäre so lustig, wenn er auf der Kante steht. Habt ihr gesehen? Sein Loch brennt. Ey, aber ich bin nicht der Schlechteste. Doch nicht. Ach du Scheiße. Oh, ich habe da einen Plan. Oh! Hey! Hey! Oh! Oh! So viele Bälle. Nein! So, wenn man das ganz ruhig macht, dann geht das auf gar nichts. Oh, ernsthaft? Oh! Bitte, Papa! Mann! Roll zurück, roll zurück, roll weiter, roll weiter, roll rollator, rollator runter. Leute, ich habe ein Problem mit Kanten. Nein! Oh, du warst aber trotzdem noch schlimmer als ich. Ja. Ja, ja. Mehr Punkte? Nicht so viel, sonst wird es hier gleich feucht. Ich lehre mich dem Ziel an. Oh Gott, roll 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 roll. Das bleibt doch auf der Kante stehen. Und? 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 Ba ba ba! Oh Gott! Sehr gut, sehr gut. 15, 18, 16. Fisch wieder der Schlechteste. Okay. Oh Gott, nicht die Kacke. Ich nehme meinen Pfeil immer nicht. Ich hasse Kanten und Pfeile. Ja! Nein! Nein! Mein Pfeil war doch gar nicht. Pfff! Pee! Pau! Ach komm mal! Zwei! Sehr gut! Und das unten durch. Nicht schlecht. Boah! Ja, untenrum ist immer leichter. Und? Was ist denn das? Was ist das für ein Vagabund da rechts? Die Kante, Alex? Ey, ich könnte nicht letzter werden auf dieser Karte. Boah! Hier Ballbrenner. Lösch deinen Durst mit Wasser. Wie soll ich denn da reinkommen? Das Vio-Wasser. Nur für Kenner. Und Pins. So, auf der Kante. Plump. Papi, Hasi ist durch. Mit dem Extraschluck Fehl. Pff! 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 Herr Müller, irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Oh ja, ich hab den Kassen. Ich hab den Kassen. Oh mein Gott! Oh! Ich bin noch da! Ich bin noch da! Der ist noch im Rennen. Die Vernünchtung. Vernichtet ihn. Nein! Oh! Kalkulatet. Kalkulon. Oh, salbt mich einer mit Petersand ein! Faket! Drei! Wärst du ja schon wieder da drüben? Ja, ich mach das ganze an Jump'n'Rollman hier. Ich guck erstmal die Make-up da. Ich muss das Level fühlen. Ob es irgendwelche Items gibt zum Einsammeln. Vielleicht gibt es ja einen versteckten Hintergrund. Pff! Weil du schlecht bist. Nein! Bitte! Jesus! Hast du seine Hoffnung in den Augen zerstört? Das geschieht ihm nach Smash Bros. Du hast nur recht. Na komm, wollen wir ein Wetten abschließen? Man kann richtig hören, wie er eine rechte Rode abschrumpelt, oder? Steh! Steh! Fui! Sitz! Platz! Fuß! Das hat er wohl mit Hoffnung gesagt. Nur 10 Platz gedauert. Der hört aber auch nie auf zu wollen. Ja, sag's nicht gerne. Ach, scheiße. Guten Tag! Schönen guten Tag, EZ mein Name. Na dann aber raus hier. Yes! Oh! Alle zwei! Scheiße! Ich hätte ihn nicht verkacken können, ich muss ihn auch holen. Das muss nichts heiß, ja? Ich brauche mehr Sichtraum hier. Mehr Sichtraum? Na! Emanuel Kant wirklich. Mann! Die alle verehren ihn. Fast so wie Jules Ferry. Boah, scheiß Löschsand hier, ey. Löschsand? Das ist Sandpapier hier. Das ist Sandpapier hier. Piu! Ball steht doch! Oh! Der Ball fliegt für sich allein. Fliegt auf einem Bein. Hui! Oh, shit! Oh, shit! Scheiße! Da ist er! Da rollt er! Da rollt mein Ball! Fox in the road! Und, und, und! Der Ball darf drinnen! Nein! Heilige Mutter Maria! Maria Magdalena! Uh! Neu! Warte! Psch! Sehr gut! Das war ein Tor! Boah! Deine Rasse kommt vom verladeneten Kantor, was? Psch! Psch! Sag jetzt nichts! Psch! Ich hätte es lustig gefunden, wenn das so gestorben wäre, wenn das mal Spaß aus dem Rand! Piu! Nein! Das gibt es doch nicht! Naja! Ich hatte einen ziemlichen Vorsprung. 5 und 3. Oh, ich bin immer noch zweiter! 43! Ey, das ist unglaubliches Talent! Strokes in time! Kurze Frage, warum ist das Leben nach oben gelaufen? Damit die Idioten durchschießen! Ich kann einen Weg durchs Futter! Rex, schieß nach oben! WTF! Was passiert hier? Ein Getümmel hier im Darm! Nein! Nein! Willkommen, Dickdarm! Pussimorf! Wir sind die Cholibakterien! Wir wollen raus! Pussimorf! Pussimorf! Man schafft eine Fahne! Genau! Oh, shit! Oh, shit! Man schafft nicht mit einem Schuss zwei Kurven, oder? Nee! Ich dachte, man schafft es nicht mit einem Schuss! Ja, was? Klar! Guck's dir an! Klar! Wenn du nicht den Wassership kennst, dann geht er nicht! Plumps! Da ist der Ball im Sand! Das ist ganz blöd! Ach du Scheiße! Erstmal wild irgendwelche Bälle! Ja! 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 So, Fox, wir gucken mal zu! Ach, kack! Ich tümmel in den Sand! Schau mal, was passiert! Immer diese Sandtümmler! Genau! Das gibt's doch nicht! Piu! Das Ding sieht aus wie ein Darmtrakt! Hab ich doch gesagt! Ja, hast du gesagt! Nein! Ach, ich war schonmal im Loch! Essen, Magen, Darm, pfff! Genau! Ich war schonmal im Magenreihe! Deswegen ist da oben der Ausgang! Das ist so das Polo! Das ist fast ein Typ, der schwimmt gerade! Der Arsch aus dem Wasser! Nein! Jetzt ging's! Statt die Fresse! Achtung, fertig, Kante! Ich kann auch gewinnen! Achtung, fertig, Kante! Das Spiel ist scheiße! Was? Was passiert hier? Das war ich! Entschuldigung! So, Achtung! So, wenn ich da schieße, kommt keine Kante! Drei, zwei, eins! Kante! Das gibt's nicht! Wo soll ich denn da durchschießen? Höher! Höher! Du hast viel mehr Abstand! Höher! 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 Der ist ungefähr so schwer wie Harald Schmitz Hohen! Ja! Nein! Eine Map ist noch! Nein! Nein! Was? Heilige Mutter Jesus! Und ihr Vater, Väter, Zwiegers! Warte mal gar nichts zu hoch ziehen! Was ist das?! Ich komm noch nicht mal in die Löcher rein! So scheiße! Du kommst nicht in die Löcher rein! Genau! Das ist noch nicht das Problem! So geht's mit meinem Bett! So geht's mit meinem Bett! Pfff! Der wird zwar zu nahe liegen, dass ich aber nicht mal lache! Ach scheiße hier! Weil er zu groß ist! Aber schnell mal noch weiter! Manno! Bin ich da? Bin ich da? Bin ich da? Ja, genau! Ach, was ist denn denn da? Dieser Pimmelstein, ey! Was ist das denn für ein Kies? Dreck! Ich brauche ja nur zwei weniger als du! Das sieht schon mal ganz gut aus gerade! Das, liebe Kinder, ist euer Gehirn! Und das ist euer Gehirn auf Droge! Und das sind Chongair und Blacks! Warum?! Chongair und Blacks? Erinnert ihr euch noch an diese... Ja! Ich bin nicht letzter! Ja! So ein Muschi-Fuschi! Das hier sieht aus wie der Endgegner aus dem... Ocarina of Time in diesem Nekomandentempel. Dieses Spiel, was aus dem Boden rauskommt mit den Armen? Ja! Meinst du Bongo Bongo? So, ist das jetzt richtiges Eis und unsere Bälle rutschen darauf? Sie verhalten sich genau wie vorher! Deine Bälle rutschen auf Eis! Das ist nur ein Indie-Game! Ihr Versager! Uh! Guckt euch das an! Und jetzt komme ich nicht drüber, weil der Winkel nämlich scheiße gelegt ist! Aber ich... NEIN! Dem Ganzen... Chef! Ja! Was war denn das? Das wäre beinahe passiert. Guck mal... Oh! 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 Bums mich! Und zwar jetzt auf der Stelle! Ich bin dabei! Scheiße! Ich bin dabei! Guck mal 666! Das ist ja nicht wahr! Shit! Jetzt bin ich da drüben drin gelandet! Nein! Ich kann nicht schwimmen! Bald gleichzeitig! Oh! Oh! Jesus! Bitte sei mit mir! Junge! Oh! Da bin ich drin! Das gibt's doch nicht! Da bin ich drin in dem Loch! Der Wahrheit! Der Wahrheit! Punktuell gesagt! Ey das schmerzt im Anus! Das ist ja wirklich Wahnsinn! Ich glaub du spielst das Spiel falsch! Ich hab mich schon wieder drüben! Den Controller sollst du in die Hand nehmen! Er hat den Wind berechnet! Leider weit! Da ist kein Wind! Doch! Was denn?! Aber vielleicht werde ich nicht... Ich hab 13! Ich bin mal ganz gut! Ist denn die Glückszahl 13, ne? Ich komm jetzt mal raus! Es gibt einen ganz ganz kleinen Winkel der nach links geht! Ja! Und dann kommst du nach oben! Das hab ich auch geschafft! Ja! Genau! Ich guck mal kurz meinen Geodreiter! Oh! Der war schon ganz schön! Der hättest fast die 20 geknackt! Im ersten Level! Der hättest fast einen Kiefer geknackt, alter! Was? Das sieht doch gut aus! Deine Oma würde jetzt sagen du bist ein Kackspast! Ach so? Ach so ist das also! BANG! Warum schmilzt der Eistapfen nicht? Was ist das für die Musik? Scheiss! BAM! BAM! Ey ich muss mich durch alle Wände schmelzen, ey! Ja! 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 Nein! Ja! Ja! Nein! Ja! Ja! Nein! Scheiße! Mann! Mann! Jawoll! Warum bist du an der Kante? Warum? Oh! Dänische Andacht! oh! Schön! Den? Ja! 4! Ich tappen Mann, ich hasse es 7-8 schon wieder da unten? Ist das auch? 4! Da wacht er wieder gut! Multi-Kind! Feuer! Warum heucht ihr gerade noch etwas? Jetzt musst du mit dem Schuss reinhauen! Schaffst du das? Oh! Nein! Stopp! Halt an! Halt an! Du musst pusten! Du bist schon wieder unten. Du hast gerade das zweite Ding gewonnen, ne? Ja, natürlich. Ja, dann können wir eigentlich theoretisch schon aufhören. Ja, aber es geht ja um die anderen Plätze. Dass er gewonnen hat. Wieso? Ich könnte jetzt trotzdem noch 1 oder 2 Strecken gewinnen. Hohohohohoho! Mit einem Schuss! Mit einem Schuss. Ich hab's nicht. Ich hab 18. Du hast 28. Oh, glaube ich, ich dieses Spiel hasse. Was ist passiert? Ich hab doch noch gar nichts gehört. Mein Pfeil ist immer ganz hinten. Ich seh ihn nicht. Verschwinden, das ist meine Eisscholle. Warum müsst ihr mit euren Dingern mein Ding verdienen? Jetzt kommt hier Benni! Nein! Ich probier's einfach. Oh! Wie ich gesehen habe, klappt das nicht. Dann probier's anders. Und zwar gar nicht. Leute, was macht ihr da unten? Was macht ihr da unten, Leute? Du sei mal ganz ruhig, Kollege Schnürschuh. Wie viel hast du beim ersten Level gebraucht? 19? Danke. 19 und deine Mutter. Also 81. Was? Was? Wenigstens hab ich eine Mutter. Ich dachte, uns gehen heute deine Muttersprüche nicht aus. Nein! So, wo soll ich das nicht? Bleib da! Bleib da! Mein Hass und bleibt da oben. Und dann klebst du in seiner Mutter? Nein! Nein! Guck dir das Beste. Und Schonga, ihr schafft das auch fast, aber auch nur fast, der zeigt uns, dass er das einfach mit einem Schuss schafft. Und bitte. Und Schonga, ihr schafft das Beste.